So Freunde jetzt gibt es für euch einen kleinen Batterietest und zwar von ALDI Süd. Hier haben wir einmal die Poison, die werde ich doppelt zünden, dann die neue Arthus, ihr seht, Pyroman-Körper und die Eruption für 2,49 Euro. Wir fangen mal an mit der Eruption ganz rechts. So jetzt geht es weiter mit der neuen Arthus für 2,99 Euro. Und jetzt als letzte Batterie die Poison. Also die Renault oder die alte Arthus doppelt geschossen. So. 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 So.